In unserem Fachgeschäft für Jagd- und Sportwaffen in Bocholt finden Sie alles, was das Weidmannsherz begehrt. Auch für den professionellen Schießsport können Sie sich hier bestens ausrüsten. Um die Reparatur und Montage von Schusswaffen kümmert sich unser Büchsenmachermeister Thomas Klimper in unserer Büchsenmacherwerkstatt. In der hauseigenen Schießanlage können Schusswaffen jeglichen Kalibers eingeschossen werden. Darüber hinaus bieten wir hier Munitionstests für den Schießsport sowohl für Kleinkaliber als auch für Luftgewehre an. Dank kompetenter Beratung und einem breit gefächerten Angebot finden Sie bei uns die ideale Bekleidung und weiteres Zubehör für Jagd, Schießsport, Hundeführung und andere Outdoor-Aktivitäten. Eine gemütliche Kamin-Ecke lädt zu Beratungsgesprächen oder einem geselligen Austausch über eigene Jagderfahrungen ein. Schmeink und Sohn Untertitelung des ZDF für funk, 2017